Matthias Mangiepen, 38, und Hubert Feller, 54, feiern im Kreise der Familie. 2006 lernten sich die beiden TV-Stars kennen und lieben. Zwölf Jahre später wagte das Paar dann den Gang vor den Traualtar. Ihre Fans ließen sie damals an ihren Hochzeitsvorbereitungen im Fernsehen teilhaben. Nun feierten die ehemaligen Sommerhaus der Starsteilnehmer ihren vierten Hochzeitstag. Im Promiflash-Interview verriet Matthias, wie sie diesen besonderen Tag verbracht haben. Es ist ja Muttertag, also haben wir mit meinen Eltern den ganzen Tag verbracht, plauderte der 38-Jährige gegenüber Promiflash aus. Der einstige Promis-Unterpalmenkandidat ließ es sich dabei nicht nehmen, sein Heim zu dekorieren und selbst gekochtes Essen aufzutischen. Auch Kaffee und Kuchen durften zu diesem Anlass nicht fehlen. Davor war ich alleine mit meiner Mama zwei Tage beim Wellness, erzählte Matthias. Vergangenen November feierten der Reality-TV-Star und sein Gatte bereits ihren 15. Jahrestag. Diesen feierten sie im Gegensatz zu ihrem Hochzeitstag in einem schicken Restaurant. Zudem genossen die beiden ihre Zweisamkeit am Abend bei einem Glas Champagner in ihrem Heim.